Ritterkreuz bezeichnet in der Ordenskunde eine Stufe oder Klasse von Orden und Ehrenzeichen. Üblicherweise wird hiermit international die niedrigste Stufe der Verdienstorden bezeichnet, die normalerweise als Auszeichnung am Bande an der Brust getragen wird. Entwicklung Als Vorbild für die heute meist übliche Einteilung der Verdienstorden in fünf Stufen gilt jenes System, welches zuerst 1802 in Frankreich von Napoleon Bonaparte bei der Stiftung der Ehrenlegion eingeführt wurde. Bei der Gründung zahlreicher weiterer Verdienstorden im 19. und 20. Jahrhundert wurde dieses Muster häufig übernommen und gelangte dadurch zu weltweiter Verbreitung. Verdienstorden mit drei Stufen existierten bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts, wie zum Beispiel der ungarische Sankt-Devans-Orden. Stellung innerhalb der Ordenshierarchie Großkreuz Großkomtur Komtur Offizier Ritter Beispiele Das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland Die erste Stufe der französischen Ehrenlegion Eine Stufe des königlichen Hausorden von Hohensollern Das Ritterkreuz des Franz-Josef-Ordens Das Ritterkreuz des Ordens Pro Meritum Melitensit des Malteser-Ordens Das Ritterkreuz des Maria Theresia-Ordens Das Ritterkreuz des Militär-Max-Josef-Ordens Das Ritterkreuz des Ordens vom Zeringer Löwen Das Ritterkreuz des Militär-Karl-Friedrich-Verdienst-Ordens Das Ritterkreuz I. 2. Klasse des Ordens Heinrichs des Löwen Die erste Stufe des Ordens El Sol del Peru Ausnahmen Bekannte Ausnahmen, die nicht dem heute meist üblichen Schema der Einteilung der Verdienstorden in fünf Stufen entsprechen, sind das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, das Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes sowie das Ehrenritter- und das Rechtsritterkreuz des Johanniter-Ordens, die zwar dem Namen nach Ritterkreuze sind, gemäß der internationalen Klassifizierung aber eher als Konturkreuze einzustufen sind. Eine nicht staatliche, private Auszeichnung war das 1919 durch Alfred von Rando gestiftete Deutschritterkreuz, das nur in einer Stufe verliehen wurde.